Herzlich Willkommen Leute zu diesem Video. Ja, der Vorsparen, die Einleitung muss ich jetzt zu Hause machen. Ich habe zwar während der Fahrt gerade mit der GoPro aufgenommen, ich musste aber leider feststellen, dass das externe Mikrofon so leise aufgenommen hat, dass man nur den Motorsound vom Fahrzeug gehört hat. War ein bisschen blöd, weil ich im Endeffekt noch einen Soundcheck gemacht habe für euch und man da überhaupt nichts wirklich gehört hat. Das muss ich die Tage noch mal nachholen, den Soundcheck extra für den Subufer. Und ja, was ich noch sagen möchte, der Subufer ist ungefähr zweieinhalb Jahre alt, war vorher auch in meinem 316er schon verbaut, habe ihn jetzt wieder von meinem Bruder bekommen. Den hat er nämlich in seinen 318ti drin gehabt. Und ja, den habe ich jetzt wiederbekommen, Stoff neu bezogen und wieder in mein Auto gebaut. Und ich würde jetzt sagen, dass ich nicht lange rum warf, geht es jetzt ab zu dem eigentlichen Schnipsel, was ich gerade eben gedreht habe. Und los geht's! Viel Spaß dabei! So Leute, ich zeige euch jetzt das gute Stück im Kofferraum. Ihr seht zwar im Hintergrund, es ist zwar noch hell, aber wenn ich die Kamera auf dem Kofferraum halte, dann ist es finster. Und deswegen musste ich mir jetzt meine Videoleuchte holen und euch das präsentieren zu können. So, ich wurde ja gefragt, wie ich den GFK-Sarbufer befestigt habe und wie ich ihn gebaut habe, Arbeitsstunden und wie lange ich da dran gesessen habe und so weiter. Ja, ich zeige euch das jetzt einfach und ja. Also, wie ihr sehen könnt, ist der GFK-Sarbufer ja hier an die Seite angepasst, in diese Mulde. Und wie der befestigt ist, ist wie folgt. Ich habe das erst vorgehabt, hier hinten eine Gewindestange reinzuschrauben. Also, hier in der Karosserie ist ein Loch hinten, da hätte ich die Schraube oder diese Gewindestange befestigen können. So, ging nicht, weil hätte ich das so gemacht, wäre zwar nicht mehr rausgerutscht dieser Ufer, allerdings hätte ich den Subufer rausschrauben müssen, um ans Licht zu kommen, wenn ich eine Birne tausche. Das ist natürlich dann Aufwand, was man eigentlich nicht will. Jetzt habe ich das anders da gemacht. Ich habe jetzt die Gewindestange wieder rausgemacht. Hinten müsste ja zwar auch dann in diese Seidenverkleidung ein Loch bohren, habe ich aber so gelöst, dass man einen Blindstopfen drüber stecken kann. Also sieht es dann ungefähr aus wie auf dieser Seite hier, ich weiß nicht ob man es sehen kann im Video, wie die Tankverriegelung. So, habe ich weggemacht. Jetzt habe ich es anders da gemacht. Wir haben hier oben drin ein Loch. Also hier oben ein Loch drin. Und da habe ich jetzt den Spax durchgedreht, ungefähr so lang. Ihr müsst aber aufpassen, dass die Spax Vollgewinde ist. Also nicht zwischendrin mal das Gewinde aufhört, weil sonst rutscht euch die rein und ihr kriegt sehr schwer wieder raus und hält auch dann sonst nicht. So, wenn ich die rausdrehe, kann ich den Subufer einfach nach vorne wegziehen. Somit hält der. Der ist auch richtig hier reingepresst. Da passiert nichts. Der fällt nicht raus. Und ja, so sieht es jetzt aus. Kabel ist hier unten entlang verlegt zur Endstufe rüber. Die Endstufe war auf dieser Seite vorher. Die habe ich aber hier rüber geschraubt. Aus dem Grund, wenn ich mal was größeres einladen möchte und ich muss die Rückbank umklappen, was sowieso nie passieren wird, ja, habe ich das jetzt alles auf einer Seite gelöst. Endstufenkabel laufen hier einfach entlang, weil hier unten ist hier die Batterie. Also hier ist die Batterie. Hier unten ist die Batterie. Also ich habe ein 25er Quadrat Querschnittskabel verwendet. Das reicht für meine Endstufe locker. Und ja, auf den Zug hin habe ich dann noch alles ein bisschen schön gemacht. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich tue mir den Deppichwenkel vor. Ich habe nämlich hier so, wie soll man sagen, beim PC-Netz, da nennt man das Sleeven, glaube ich. Also so ein Kabelschutz drumherum, dass es schöner aussieht. Aber nur bis hierher, weil braucht er nicht im Endeffekt komplett. Und dann habe ich jetzt die Matte, das ist zwar ein bisschen blöd gelöst, einfach nur hier so drüber, dass man es halt dann auch nicht so komplett sieht. Und somit ist dann eigentlich alles platzsparend aufgearbeitet bzw. verarbeitet. Man kann ein bisschen was Größeres einladen. Allerdings wäre mir noch recht gewesen, wenn ich die Endstufe hier unten rein tun hätte können, geht aber beim Sechszylinder nicht, da ist die Batterie. Beim Vierzylinder hatte ich sie da unten drin. Da war hier dann alles komplett frei. Bild kann ich euch ja mal reinblenden, wie es beim Vierzylinder aussah, bei meinem Sechser. Das Sportwerkzeug muss ich noch ein bisschen woanders hin verstauen, mir noch eine Tasche oder so machen und dann unten mit reinlegen. Ja, ansonsten Arbeitsstunden, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe drei Tage gebraucht. Ich musste ja die komplette Wand hier erstmal mit Folie oder mit Kreppband ausfüllen bzw. abkleben, dass wenn ich das GfK da drüber klebe, dass ich mir ja nicht die Verkleidung versau, habe ich einen da komplett gebraucht. Dann mit den Feinarbeiten und Stoff beziehen und den ganzen Scheiß habe ich drei Tage gebraucht. Also in drei Tagen ist das machbar. Ich würde euch empfehlen, sowas nicht im Winter zu machen, weil es ist schweinekalt und ich würde solche Arbeiten sowieso nie mehr in der Wohnung beziehungsweise im Keller machen, weil das sieht aus wie sonst was. Ja, ansonsten, ich weiß, das Gehäuse ist nicht berechnet für diesen Subwoofer. Es ist ein geschlossenes Nest, aber er rammelt, sage ich mal jetzt in dem Sinne, nicht schlecht. Also für meine Verhältnisse reicht es. Also ich weiß, dass man mit diesem Subwoofer auch noch richtig brutal arbeiten kann, aber mir reicht es so, wie es ist und ich möchte ihn auch nicht verkaufen, weil ich bin mit Iden echt recht zufrieden und möchte ihn einfach nicht hergeben. Der zweite Grund war, warum ich den wieder rein habe. Ich hatte ja hier mein normales Gehäuse, wo da dazu war, drinstehen und das war ein bisschen höher als die Hutablage. Und die Hutablage hat es immer so leicht nach oben gedrückt. Und der Grund war dann irgendwann mal, ist mir diese Halterung weggebrochen. Ihr kennt es bestimmt. So, jetzt habe ich von einem Schlachter, wo wir hatten, beziehungsweise bekannter von mir, die Seitenverkleidung war genau die Seite noch in Ordnung, wo bei mir kaputt war. Die andere Seite da drüben ist bei mir noch in Ordnung. Und jetzt hält die Hutablage wieder und das Schöne daran ist, es klappert nichts mehr beim Autofahren, weil die hat nämlich immer geklappert und das war richtig hässlich und jetzt klappert nichts mehr. So, naja, viel gelabert und ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt für jetzt Schluss und ich sage jetzt einfach mal, ich haue euch jetzt noch ein paar Bilder vom Bau rein, wie ich den hergestellt habe und ja, bis zum nächsten Mal.